Evonik beteiligt sich an der langen Nacht der Industrie, um Nachbarn und Bürger einzuladen und zu zeigen, was ist Chemieindustrie, was ist Evonik, was machen wir, um Verständnis zu erzeugen, aber natürlich auch Interesse für unser Tun. Es macht jedes Mal Spaß, den vielen Besuchern der langen Nacht der Industrie einen Einblick in unsere Produktionsabläufe zu geben. Ich denke, es ist ein sehr schönes Event, dass wir hier unseren Mitbürgern zeigen können, was wir hier machen, vielleicht auch gerade jungen Leuten zeigen können, was wir machen und ein bisschen Technikbegeistung wecken können. Und wenn Menschen hier bei uns zu Gast sind und nachher nach Hause gehen und sagen, Mensch, jetzt weiß ich, wie Aluminium produziert wird, was der Werkstoff alles kann, dann denke ich, haben wir einen schönen Abend hier zusammen gehabt. Die lange Nacht der Industrie ist ein Baustein, ein wichtiger Baustein, wie wir in den Dialog treten können zwischen Industrie und Mitbürger, Bewohnern, Nachbarn, Kollegen. Damit können wir auch ein Stück Verständnis erzeugen, warum wir hier arbeiten. Und dieser Dialog ist das Entscheidende, der das Verständnis und die Transparenz fördern muss. Wir beteiligen uns an der langen Nacht der Industrie, weil wir was für unser Image tun wollen. Wir wollen das, was wir sonst hinter verschlossenen Wänden machen, wollen wir natürlich auch mal der Öffentlichkeit preisgeben. Und die Nachfrage bestätigt das ja. Wir wollen das, was wir stacken. Über die Nachfrage 실char